Erfahrungen vererben sich nicht, jeder muss sie allein machen. Mit diesem Zitat von Kurt Tucholsky trifft das Schulzentrum Ips genau dann in Schwarze, wenn es um den Unterrichtsgegenstand Service Learning geht. Also bei uns gibt es ein Gegenstand Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz und bis jetzt sind da einfach Lehrinhalte immer vermittelt worden. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass Schülerinnen und Schüler eigentlich nicht nur diese Theorie lernen sollten, sondern dass auch wirklich in der Praxis soziale Kompetenz, Persönlichkeitsbildung erfahren sollten. Und da sind wir auf dieses Projekt gekommen und haben gesagt, wir müssen unsere Schülerinnen und Schüler in diesem Gegenstand hinausschicken. Also wir machen das wirklich im Unterricht, also nicht zusätzlich, sondern im Unterricht gehen die Schüler in die Institutionen und erfahren den theoretischen Unterricht in der Praxis. Und das ist, glaube ich, das Rezept, dass es auch so gut funktioniert, weil sie wirklich begleitet sind in der Schule und auch von den Institutionen so gut begleitet sind. Das läuft unter dem Begriff auch dislozierter Unterricht. Das heißt, sie gehen in, sie lernen in anderen Institutionen auch, nicht nur in der Schule. Partnerinstitution ist unter anderem die Förderschule Ips. Hier lernen die Schülerinnen und Schüler der Handelsakademie und Handelsschule verantwortungsvolles Engagement. Diese Kooperation gibt es schon zwei Jahre, also heute das zweite Jahr. Es kommen Schülerinnen und Schüler vom Schulzentrum und begleiten unsere Schüler im Unterricht, in der Klasse, aber auch außerhalb der Klasse. Zum Beispiel, sie lesen mit den Kindern, was sehr, sehr wichtig ist, weil unsere Kinder wirklich persönliche Betreuung dringend nötig haben. Für die Schülerinnen und Schüler heißt das Projekt Verantwortung, bei dem kognitives Lernen mit der Übernahme von Verantwortung im Schulumfeld kombiniert werden. Also am Anfang des Schuljahres hat man normal das Freifach persönliche Bildung und soziale Kompetenz und dann geht man zehn Einheiten hier in die Institution und in der Zwischenzeit macht man Lernjobs. Also man kriegt halt Aufträge und die muss man erfüllen. Wir gehen im Unterricht mit, wir helfen den Betreuerinnen und den Lehrern und integrieren uns auch sehr. Also ich komme hier rein, werde mich nicht empfangen und helfe den Schülern auch gleich, Hausübungen zu machen und zu lernen. Oder ihnen Freude bereiten bei einer gemeinsamen Wurzelpartie. Gemeinsames Spielen steht auch auf dem Programm, wenn sich die Schülerinnen und Schüler im Pflegeheim Ips um die alten und demenzkranken Menschen kümmern. Sie können selber die Verantwortung tragen für die Beschäftigung mit dem alten Menschen. Sie können das Leben und das Arbeiten in einer Altenpflegeeinrichtung auf sehr unkomplizierte Art und Weise kennenlernen und haben eben auch die Gelegenheit, da Beziehungen zum alten Menschen aufzubauen, Berührungsängste vielleicht auch abzubauen. Wir sind ein sehr offenes Haus. Für uns ist auf alle Fälle auch eine sehr schöne Gelegenheit, die Kontaktpflege mit anderen Menschen zu fördern. Ich bin wirklich dankbar, dass wir bei diesem Projekt der Verantwortung mitarbeiten dürfen und sage auch den verantwortlichen Lehrkräften ein großes Dankeschön, dass sie dieses Projekt so toll begleiten. Es ist wirklich eine Bereicherung für unser Haus. Es geht insbesondere um die Sensibilisierung der Lernenden für ein verantwortungsvolles Handeln in gesellschaftlichen wie beruflichen Situationen. Die spiegeln sich nicht nur in beruflichen Bildungsprozessen wider. Es ist sicherlich bei der Berufsfall dann später eine große Hilfe, dass man weiß, ja das gefällt mir oder gefällt mir ja nicht so. Ja das ist super. Das gefreut uns, weil die Mund und uns ein wenig auf. Wir haben immer einen rechten Spaß gehabt, beim Menschen-Eckred-Dich-Nicht-Spielen. Und Karten gespielt haben wir auch einmal. Ja da hat es gewonnen und das hat dir auch recht gefallen. Ich habe mir halt das Pflegeheim ausgesucht, weil ich den Menschen da eine Freude machen wollte. Und ich finde das auch voll schön da, weil ich gebe ihnen ja nicht nur was. Ich kriege sie auch wieder zurück, weil sie freuen sich immer wieder, wenn ich komme. Und das gefällt mir. Und es ist immer schön, dass man die Freude von ihnen sieht, dass es ihnen gefällt, dass wir mit ihnen spielen und ja. Nächsten Freitag hat sie schon gekommen wieder. Und dann war sie einmal krank, ist nicht gekommen, ist mir direkt angegangen. Damit ist die Zielsetzung neben einer fachlich-methodischen Kompetenzentwicklung auch einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung zu leisten, bestens umgesetzt. Vielen Dank.